Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid in Vicky's Kitchen. Heute, da will ich mit euch Süßkartoffelchips machen. Ja, eigentlich ein ziemlich einfaches Rezept. Allerdings begann ich doch immer wieder in die Kommentare zu lesen, dass die Chips oder die Pommes nicht so wirklich knusprig werden. Deswegen habe ich mir was überlegt, mit dem sie knuspriger werden, als man es gewohnt ist. Also bleibt unbedingt dran und viel Spaß beim Rezept. Ja Leute, dann beginnen wir einfach mal. Es geht nämlich wirklich einfach, es geht nicht unbedingt schnell. Aber ja, ihr braucht nicht viel. Ich habe jetzt zum Würzen einmal diese drei Schälchen voll gemacht. Wir haben hier einmal eher so eine Mischung aus Thymian und Oregano. Außerdem habe ich hier das Pommes Fritz Gewürz von Ostmann. Würde ich euch nur empfehlen, schmeckt extremst lecker. Außerdem habe ich hier noch ein bisschen Zimt drin, das darf natürlich bei mir nie fehlen. Und ja, hier dann noch etwas Erdnussöl. Das ist Woköl von Alnatura. Ist ein bisschen teurer, hält aber auch eine ganze Weile. Und ja, das benutzen wir jetzt, um die Süßkartoffelchips zu marinieren. Jetzt kommt der Tipp. Das Ganze geht jetzt nämlich eigentlich relativ schnell. Ich habe mir das nämlich schon vorbereitet. Und zwar habe ich mir hier diese Süßkartoffeln in Scheiben geschnitten und in Wasser eingelegt. Ihr solltet die unbedingt in Wasser einlegen, damit die nämlich knusprig werden. Also eine halbe Stunde sollte genügen. Ich habe die jetzt einfach während ich im Training war eingelegt. Wenn ihr das nur eine halbe Stunde macht, dann könnt ihr nämlich währenddessen schon den Ofen vorheizen. Bei dem zeige ich euch jetzt nämlich ganz kurz mal, wie ihr den einzustellen habt. Und zwar machen wir das so. Ich habe den hier jetzt schon vorgeheizt. Wir wollen ja nicht ewig warten. Das Ganze beginnt bei Ober-Unterhitze. 275 Grad. Wenn das Ganze dann warm ist, seht ihr ja hier an dem Licht, bei euch wahrscheinlich auch, dann könnt ihr das runterdrehen auf 200 Grad und auf Umluft. Und so gaukeln wir dem Ofen irgendwie so einen, ja, Holzkohle-Effekt vor. Mache ich auch super gerne bei Pizza. Dadurch wird die dann richtig lecker knusprig. Und ja, das aber dann wieder für ein separates Video. Also gehen wir wieder rüber und machen mit den Süßkartoffelchips weiter. Alles klar, wie gesagt, habe ich mir die Süßkartoffelchips hier schon mal vorgeschmitten und in Wasser eingelegt. Dass das Ganze auch funktioniert hat, das seht ihr, wenn das Wasser so ein bisschen trüber wird. Und die Süßkartoffeln an sich solltet ihr davor noch mal putzen. Ja, da die ja ziemlich staubig sind, ziemlich mit Erde bedeckt. Da könnt ihr auch richtig dran rumrubbeln, da wir die Schale dran lassen. Ihr schneidet also mit Schale die Süßkartoffeln in Streifen. Und jetzt gießen wir das Ganze einfach mal kurz ab. Und wenn wir die dann abgegossen haben, dann tun wir die guten Süßkartoffelchips Rohlinge hier in so eine Tupperdose rein. Da sollte genug Platz sein, damit ihr das schütteln könnt. Ihr könnt aber auch eine Tüte nehmen, also so eine Plastiktüte, wo man Fasperbrot oder sowas reinmachen kann. Und hier kommen dann unsere Gewürze und das Olivenöl bzw. Erdnussöl mit hinein. Und wir schütteln das dann einmal ordentlich durch. Und wir schütteln das dann gleich. Ja, bei dem Öl, da solltet ihr da natürlich ein bisschen variieren. Wenn ihr die noch knuspiger haben wollt, benutzt ihr natürlich etwas mehr Öl. Ich habe hier jetzt wirklich nur ein bisschen Öl drin, da ich einfach immer noch in der Diät bin. Das ist immer noch eine Zeit vor der Fibro. Deshalb, wenn ihr mehr Öl zur Verfügung haben könnt, nutzt mehr Öl. Und wie ihr seht, hat sich das Ganze jetzt richtig gut verteilt. Ihr habt hier jetzt überall was von dem Bocköl an den Süßkartoffeln dran. Und jetzt können wir die einfach hier auf unserem Blech platzieren. Ja Leute, jetzt nachdem wir die Süßkartoffelchips so wunderschön mariniert haben und so klasse wie bei mir ausgelegt haben, kommen die eigentlich schon in den Ofen. Ja, in den Ofen sollten die für 20 bis 25 Minuten. Schaut da unbedingt immer wieder nach, weil es dauert ein bisschen, bis sie braun werden. Aber wenn sie dann braun sind, dann werden sie auch extrem schnell schwarz. Also passt da ein bisschen auf. Ihr könnt die natürlich auch so nach 10 Minuten mal noch wenden. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es nicht zwingend notwendig ist. Aber schaut einfach mal, je nach Dicke der Süßkartoffeln kann man das schon mal machen. Also ab und hoch und dann. So Leute, laut Wecker und laut Aussehen sind die Süßkartoffelchips jetzt fertig. Schauen wir sie uns mal an. Ja Leute, also sie sehen nicht nur fertig und knusprig aus, nein, sie sind es auch. Ups, hier. Ich hoffe ihr habt es gehört. An manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger. Aber, alles in allem, schmeckt so lecker. Ich zeige euch mal, was bei mir noch dazu ist. Ja, dazu habe ich mir jetzt noch hier so einen leckeren Salat gemacht mit Spargelspitzen. Darunter lauert dann auch noch ein bisschen Hummus, das ich mir selber gemacht habe. Wenn ihr dazu mal das Rezept haben wollt, gebt mir einen Daumen hoch. Ich lasse mir die Süßkartoffelchips hier jetzt schmecken. Die sehen wirklich extrem gut aus und sind knusprig geworden. Alles klar, jetzt noch schnell ein Schlusswort. Das waren sie, die Süßkartoffelchips. Ich hoffe, dass ich euch ja damit ein bisschen helfen konnte, dass eure Süßkartoffelchips oder Pommes beim nächsten Mal dann etwas knuspriger werden. Und ja, bei mir gibt es das Ganze jetzt mit einem Salat und mit ein bisschen Hummus. Wie ihr das Ganze macht, ist euch natürlich überlassen. Nährwerte gibt es heute natürlich nicht, denn das natürlich, ja, das variiert ja von Portion zu Portion. Je nachdem, wie viel Öl ihr benutzt oder wie viel Süßkartoffeln ihr benutzt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und wenn ihr Freunde habt, die das Problem mit den knusprigen Süßkartoffelchips oder Pommes auch haben, dann schickt ihnen dieses Video doch einfach mal vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und wir schritten, schritten. Ciao und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.